Hey Leute, ja der Adventskalender dieses Jahr ist jetzt auch schon vorbei und deswegen ist jetzt hier das Verlosungsvideo. An alle, die Teil 1 nicht gesehen haben, den verlinke ich nochmal unten in der Beschreibung und jetzt auch gleich hier im Video, weil es gibt ja ein paar Bedingungen, um an der Verlosung teilzunehmen und da können wir jetzt alles nochmal nachschauen und dementsprechend noch teilnehmen. Ich denke mal, die Verlosung wird in genau einer Woche enden, heute ist der 24. Das heißt sieben Tage später, dass ich dann gucke, automatisch auslose, per so einen random Antwortgenerator, den wer jetzt endgültig gewonnen hat. Und ja, ihr müsst das Lösungswort halt unten in die Kommentare schreiben und danach entscheidet das Glück. Mehr könnt ihr nicht mehr großartig machen. Ihr könnt das Video noch liken, teilen, war auf jeden Fall echt super von euch. Und ja, mehr gibt es hier glaube ich auch gleich zu sagen. Die Gewinne werden ja auch nochmal im ersten Part erklärt, den ich euch jetzt gleich hier irgendwo anzeigen werde, in diesem Infovideo dazu. Und dann sehen wir uns spätestens bei dem anderen Video wieder, falls ihr nicht vorher schon mal wieder hier vorbeischaut und ein paar Videos anschaut. Das wäre auf jeden Fall super cool. Ich denke mal, aber spätestens dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.